Ich würde vorschlagen, also entweder wir gehen jetzt in Richtung Baumhäuser nochmal, das wäre quasi hinter uns rechts, da müssen wir mit dem Boot hinfahren, oder wir gehen in Richtung Dschungel, weil da wissen wir ja auch schon, wie man die Rätsel da löst. In Richtung, in die Stadt, wo diese Steinfigur war, da haben wir glaube ich auch noch einiges offen. Da war in der Mitte, glaube ich, so ein etwas höherer Turm, von dem wir die eine oder andere Tür schon geöffnet haben, weil wir wüssten noch nicht, ob wir da weiter vorankamen. Ich dachte nur halt in Richtung Dschungel, das wäre ja hier diese Richtung, ich weiß nicht, ob wir hier sogar relativ schnell hinkamen, wo wir uns so doof angestellt haben, weil wir einfach nur den Ton aushatten, wenn du dich entsinnst. Also ich entsinne mich einmal, dass du dich doof angestellt hast, aber... Und du auch keine Lösung hattest. Der Turm war zu leise, ich konnte da nichts führen. Hier komme ich aber anscheinend nicht rüber. Oder? Ach, guck mal, hier ist noch so eine Säule. Da hatten wir mehrere Fronschule sehen. Da hatten wir eine gelöst, beziehungsweise nicht ganz. Warte mal, wir werden mal da stehen. Diese Säule konnten wir erstmal dadurch aktivieren, indem wir irgendwie mit der Umgebung, der Fluss sieht auch so wenig aus, in der Umgebung irgendwas, ein Rätsel gefunden haben. Und das sah halt erst auf dem ersten Blick gleich nach einem Rätsel aus. Genau. Wo kommt das Wasser her? Da oben. Vielleicht müssen wir noch mal weiter wegschauen. Ich weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, wir behalten das mal im Hinterkopf. Ja. Und gehen jetzt aber trotzdem dann... Ich glaube, hier lang geht es schneller. Was war da für ein Turm mit uns? Bleibt mal stopp, 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 stopp. Das? Das ist das mit den farbigen Gläsern gewesen. Richtig, auch das haben wir nicht abgeschlossen. Auch das haben wir noch nicht abgeschlossen, korrekt. Aber auch das müssten wir von hier aus, von unten da reingehen. Hier sind... Stopp, bleib dich nochmal mit drin. Da sind wir mit dem Boot lang gefahren. Und haben auch ein Rätsel versucht, aber wir haben es nicht hinbekommen. Nee, da mussten wir aus der anderen Richtung kommen, haben wir festgestellt. Richtig, genau. Nein, was ich meinte, waren... Oh mein Gott. Ja, hier, diese getarnten Tafeln. Ja, wir hatten aber auch einige gelöst. Eine, richtig. Einen? Die erste. Ach so, ja. Hatten wir gelöst. Und das auch eher durch Zufall. Hier, die hatten wir gelöst. Und zwar haben wir ja gesagt, so, und du dachtest dann mit symmetrisch und so und gleich aufbauen. Und jetzt achte mal, ich mache jetzt mal den Ton ein bisschen lauter. Ich hoffe, es gibt keine Rückkopplung. Hast du gehört, wie der Vogel zwitschert? Ja. Hoch, tief, hoch, tief. Deshalb hoch, tief. So, jetzt achte mal hier auf den Vogel. Ja, hoch, hoch, tief, hoch. Hoch, hoch, tief, Mitte, würde ich sagen. Ach, Mitte gibt es auch noch. Ja, jetzt gibt es ja Mitte. Wenn man Ton anhat, ist das so viel einfacher. Ja, wir hatten das letztes Mal so leise, wir konnten nichts hören. Oh, kostenloses Wasser eintragen. Ich höre nichts. Hoch, hoch, Mitte, tief, tief. Ich könnte ein bisschen zwitschern bringen, das muss ich? Nein, das wird was bringen, wenn du leise bist. Hoch, hoch, tief. Nee, Mitte, Mitte, hoch geht es los. Mitte, Mitte, hoch. Mitte, tief. Genau. So. Es muss ganz toll sein, uns dabei zuzugucken, wenn wir hier einfach nur still vor der Kamera sitzen und nichts sagen, damit wir das auf Ja hören. Was ist das für ein Geräusch? Das ist ein Handy, aber... Ist das dein Handy? Nein, das ist was wir spielen. Okay. Was ist das? Wo kommt der Ton her? Egal. Vielleicht hören die den ja gar nicht so in der Mobile. Das wäre ziemlich peinlich. Das werden wir später sehen. Ja. Jetzt habe ich wieder nicht gehört, wie der Zwitschert. Ja, du kannst schon dazwischen, so kann man es auch nicht hören. Döp, döp, döp. Ich würde Mitte sagen. Nee, döp, döp, so würde ich es sagen. Versuch's. Nee, ich will noch mal hören. Es kommt jetzt nichts mehr. Nee. Hoch, hoch, tief, Mitte, hoch. Das Handy bimmeln. Macht das schwerer. Ja. Ja. Döp, 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 döp. Also am Ende noch mal tiefer. Ja, okay. Kann man das Handy vielleicht abstellen irgendwo? Kannst du mal gucken? Ist hier irgendwas? Ist alles andere es deaktiviert? Guck mal, da sind auch noch... Ah, da sind noch die Lautsprecher. Ah. Nee, hier ist nix. Egal. Kriegen wir das auch so hin. Komm, switcher. Bitte, was? Am Ende zweimal gleich. Ich glaube zweimal hoch. Zweimal hoch oder zweimal Mitte? Davor ist ein höherer Ton. Ich würde sagen tief, hoch, Mitte, Mitte. Versuch's mal. Nein. Mitte, hoch, Mitte, Mitte. Auch nicht. Dann hören wir nochmal hin. Ist der davor höher oder tiefer? Der ist tiefer davor, ne? Noch mal hoch. Noch mal hoch. Dann hoch, tief, Mitte, Mitte. Doch. Der ist tiefer, der davor nicht höher. Ist auch schwierig, das ist schon so zu erkennen, finde ich. Ja, vor allem mit den ganzen Störgeräuschen jetzt. Das ist der Hammer. Es tut uns auch echt leid, dass wir hier jetzt nur noch vor der Kamera sitzen und hochkonzentriert gucken und nichts sagen. Mir tut das gleich ein bisschen leid. Aber mir tut es leid. Hoch, hoch. Hoch. Ich weiß nicht, fünf? Hätte ich auch gesagt. Ich schummel jetzt. Hoch, hoch. Mitte, tief, hoch. Hätte ich jetzt gesagt. Das kann ja nicht. Hoch, hoch ist eigentlich richtig. Ja. Das hinten sind drei unterschiedliche Töne. Ja, definitiv. Das sind fünf Töne. Hm. Mitte, tief hattest du gerade jetzt? Mitte, tief, so. Angenommen, wir hören jetzt zwei Töne, den dritten und den vierten, und den müssen wir zu einem Ton kombinieren. Aha. Ich meine, offensichtlich hören wir fünf, wir brauchen immer nur vier. Wäre das so? Nein, ich weiß nicht. Vielleicht hören wir einen tiefen, einen hohen, den wir nehmen jetzt mal zu einem mittleren. Weißt du, da denkst du, oh, machst du mal eben schnell die Dinger mit hinhören? Ja, ähm. Dass du nicht gut hörst, weiß ich. Hä? Komm, fangen wir da an. Also hoch, hoch sind wir uns einig, ne? Hä? 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 Höre ich da? Oder ist das Mitte, Mitte das Ernteanfang? Nee. Die ersten beiden klingen so wie der letzte. Genau. Stimmt, ich wollte eigentlich auch den machen. Nee, der vorletzte und der letzte klingen gleich. Aber anders als der erste und der zweite, würde ich sagen. äh, 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 äh auch mit kopfhörern dritte und vierte muss irgendwie kombiniert werden glaubst du müssen die in der richtigen reihenfolge kommen ja müssen die sonst wäre das auf dem ersten rätsel andersrum auch möglich wenn du die kombiniert kann es niemals der ganz tiefe sein wenn du zwei töne hörst weil selbst wenn du zweimal tief hörst und müsste es dann ja einmal mitte sein ich jetzt schon alle kommen dazu ja ich vermute jetzt das vorne falsch jetzt wollte ich gerade sagen jetzt haben wir nicht mehr so viel kombinationsmöglichkeiten oben 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 unten genau so jetzt das ganze mit dem mittleren mitte 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 und dann mitte unten jetzt das ganze von unten auch ich kriege also die kriegen dass man gerade feeling dass wir am anfang falsch liegen ja okay du hörst hin ich löse es weißt schon dass die exponentielle steigen die anzahl der möglichkeiten ich höre immer das gleiche egal vielleicht auch weil es jetzt einmal drinnen ist was ist das andere wieder so ein unken ruf der uns ablenken ja so ein affenruf ist das oder sonst ja auch was sagen ich würde immer noch sagen hoch hoch tief mitte tief das ganze noch was ich bis jetzt gemacht habe muss ich noch zweimal machen ich weiß außer du findest vorher die lösung ich mach das ja ich glaub dir dass ich höre auch nichts neues in der zeit das ist das problem ist es bringt nicht er macht weiter bitte ich weiß jetzt nicht wo du bist ich kann jetzt leider nicht übernehmen ich weiß es auch nicht so viele mögliche das ist garantiert die richtige gerade so übersprungen oder sowas ich dachte du gehst das jetzt logisch durch ja es sind viele möglichkeiten und die steuerung ist auch ganz präzise hier das ist ein traum wenn das jetzt die lösung gewesen wäre mit der gerade linie wenn er aber aber die ersten beiden sind schon mal gleich theoretisch ja praktisch glaube ich da nicht mehr dran tut mir leid für dich alter das kann doch nicht sein dass das so die lösung ist alles auszuprobieren ist ja ich Untertitelung des ZDF, 2020